hier kurz hoch hier ist auch nichts zu sehen knopfmäßig hier hoch ist hier was knopfmäßiges vielleicht außerhalb das scheint nämlich noch mal nach einem secret hotel wir sind jetzt auf 9 secrets runter übrigens hier ist nichts gut dann bleibt nur noch die außenwand so kurz luft holen nein 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 auch nichts luft holen nein 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 und nein okay in diesem ding ist schon mal nichts und dieses tor hier sieht interessant aus sollten wir uns auf jeden fall mal merken tor schlüssel ich kann kein tor schlüssel soll sie ist übrigens sieht so aus wie so ein zahnrad tor aus grimlock 1 mit zahnradtoren habe ich so meine hallo bücherei bücherei ist immer kann man immer skeptisch sein ob nicht irgendwo ein buch hervor sticht das gedrückt werden kann welchem ding bin ich jetzt library castle next library ok wenn wir mal die library geht noch weiter da wäre schon mal der weg weiter hoch aber dieser taste funktioniert nicht ok das ist ein zeit rätsel wahrscheinlich müssen wir die lösung der bücherei finden eine healing portion ist schon mal nicht schlecht ich traue jedoch dem frieden hier drin absolut nicht munition links hatte komische bücherei kräuter viele kräuter hier ist auch kein geheimer knopf und ja ich drücke grad wie wild wobei das mir verdammt verdächtig vorkommt ancient map das ist die gesamte insel hamlet of storm beach everlasting mist also mal gucken shipwreck beach twigwood forest haben wir wounds of desert und auch bauer desert pyramide of urmas cemetery forgotten river killbridge docks das ist wahrscheinlich unser ziel um von dieser insel zu entkommen bräuchten wir die alte karte schon mal nicht mehr noch 1 noch eine notiz er war und lohn pillars um die einsamen pillars portion of resurrection ist auch nice aber hier ist auch nichts drei pfeile bolzen werden wir gerade lieber muss ich zugeben damit sind wir wieder auf anfang die lohn pillars sind die hier wo ist das rätsel around the lohn pillars don't don't get tired feet stop you muss ich einmal irgendwie um die pillars laufen oh da steht was hier steht 3 das sollte ich mir mal aufschreiben 3 und es wird wieder mal dunkel okay also 3 äh was zur geil zum geier bist du auf jeden fall was garstiges was gift spuckt und was paralysieren kann was machst du hier was willst du von mir warum tust du das was habe ich dir bitte getan okay wieder paralysiert und vergiftet es muss doch nichts sein okay ich merkte schon du bist garstig das war unvorsichtig von mir okay du bist tot du mach mal bitte einen anti-venom für sie klingt so als wäre das nicht der salzige vieh hier nein ist es nicht okay okay sehr schön der schlag hat echt gesessen ja ja 2v das muss ich jetzt markieren ups nicht da 2v sind jetzt neue gespawnt ja sind neue gespawnt ich ziehe mich zurück das ist doch jetzt muss sowas denn sein kurz hochheilen das war direkte die giftbolzen rein weil die giftbolzen sind nur halb so schnell wie der rest okay wir haben zum lück eine resurrection potion und können noch viel mehr machen ja wir können sehr viel mehr machen macht du mal lieber vorsichtshalber zwei stück und nein ich werde die dinger nicht benutzen um bomben zu machen das ist viel zu verschwendet wow 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 einer ist weg schon mal so du trink mal einen den kriegen wir noch den kriegen wir wenn wir den tausender crit machen vor allem okay noch mal hier in der hoffnung dass nicht wieder also das ist 3 3 3 3 3 sind jetzt wieder neue gespawnt ich hoffe mal nicht sieht aber nicht danach aus okay jetzt habe ich nur habe ich nur noch diesen einsam äh es waren immer zwei stück wenn ich um so ein dinger rumlaufe das erste mal so 12 also 1 okay da ist schon mal einer von der sorte wow und seit wann können wir streifen so machst du fast keinen schaden mit deinem eiszauber merke ich gerade ich erinnere mich schon irgendwie ein bisschen an die cthulhu mönche aus dem ersten teil nur dass die noch garstiger waren ne eigentlich seid ihr garstiger die cthulhu mönche die gorogov oder wie sie noch mal hießen die waren ja hauptsächlich so garstig wegen ihrer wegen ihres schutzschildes was man erst runter prügeln musste so trinkt und brauchst dir gleich neue wie sieht es aus hier du könntest nappen vertragen so halte ich mal schön hoch du bist am verhungern da kriegst du gleich wenn wir geheizt sind kriegst du was so damit ist der sack auch schon wieder leer das problem ist es gibt halt nicht mehr so viele korte mit essen so 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 so